Vor einigen Tagen haben wir über die Datenschutzprobleme auf den Webseiten anderer Parteien berichtet und da möchten wir euch nun erklären, wie ihr auch selber nachschauen könnt, wo und welche Daten von euch weitergegeben werden. Wir werden das heute am Beispiel der SPÖ und am Beispiel der NEOS einmal genauer betrachten. Und dazu beginnen wir hier einfach mal beim Wahlmonitor, wo die Parteien ja beantwortet haben, ob der Datenweitergabe durch den Konsumenten zugestimmt werden muss oder ob das auch ohne die Zustimmung des Konsumenten erfolgen darf beziehungsweise ob der Konsument überhaupt darüber informiert werden muss. Hier haben sowohl die SPÖ als auch die NEOS ganz klar mit Ja geantwortet. Der Konsument soll darüber informiert werden und er soll die Möglichkeit haben, Nein zu sagen zur Datenweitergabe. Bevor wir uns zur Webseite der SPÖ verbinden, wollen wir jetzt aber in dem Firefox-Menü unter Webentwickler die Netzwerkanalyse anschalten. Dadurch sehen wir, auf welche Server zugegriffen wird, wenn wir die Webseite aufrufen. Ich habe jetzt dieses Fenster geöffnet und jetzt gebe ich hier oben ein SPÖ-AT und ich sehe jetzt unten aufgelistet, welche Server Daten an mich gesendet haben. Das Daten an mich senden, das impliziert auch, dass ich eine Anfrage an diesen Server geschickt habe. Wenn ich nun so eine Zeile anklicke, dann zeigt mir Firefox an, welche Kopfzeilen von dem Server übertragen wurden beziehungsweise welche Kopfzeilen ich an den Server übertragen habe. Bei jeder Anfrage an einen fremden Server wird übertragen, welche Adresse ich eigentlich aufgerufen habe. In diesem Fall SPÖ-AT. Dies allein ist natürlich noch nicht viel wert, da Google nicht weiß, wer ich bin. Google weiß jetzt nur, dass ich auf SPÖ-AT zugegriffen habe. Das Problem ist aber, dass ich wahrscheinlich schon mal auf Google zugegriffen habe und Google so meine Netzwerkadresse kennt. Diese Netzwerkadresse wird bei jeder Anfrage übertragen. Dadurch kann Google diese Daten verknüpfen. Zum Beispiel, wenn ich ein Google-Plus-Account habe, kann Google nun die Daten aus meinem Google-Plus-Account mit der Information, dass ich auf die SPÖ-Webseite zugegriffen habe, verknüpfen. Wenn wir uns diese Hosts genauer anschauen, dann sehen wir, hier werden von googleapis.com Daten geladen, twimage.com, das gehört zu Twitter, von headroom.at. Das ist eine SPÖ-eigene Domain. Das heißt, hier werden keine Daten an Dritte weitergegeben. Dennoch werden hier Daten an Twitter und an Google weitergegeben, nämlich, dass ich die SPÖ-Webseite aufgerufen habe. Wenn ich auf diesen Banner hier oben klicke, dann komme ich auf die Webseite wahl2013.spö.at. Das ist die Kampagnen-Seite der SPÖ. Und hier sieht die Situation weit schlimmer aus. Denn hier werden die Daten zusätzlich an Spot.iLocal übertragen, an Facebook, an YouTube, an CloudFront, an Spotify und wieder an die SPÖ-eigenen Server natürlich. Das Ganze ist vielleicht noch ein wenig abstrakt. Vielleicht wird es konkreter, wenn man sich vorstellt, dass man bei einem Infostand der SPÖ gefragt wird, Dürfen wir Ihre Daten gerade an Google schicken? Da würden Sie ja auch nicht zustimmen. Für die Werbeunternehmen sind diese Informationen natürlich sehr wertvoll, denn so können Sie die vorhandenen Profile um die politische Meinung dieser Personen erweitern und teurer verkaufen. Betrachten wir nun einmal die Webseite der Neos. Und wenn ich die Neos-Webseite öffne, dann sehe ich wieder eine Liste von Servern, auf die hier zugegriffen wurde. Das ist auch wieder Google, Facebook, Twitter. Hier werden aber auch Daten an PayPal weitergegeben. Im Wesentlichen gibt es zwei Arten, wie so eine Datenweitergabe zustande kommt. Die eine Möglichkeit ist, dass der Webseitenersteller Features nutzen möchte, die ein Serviceanbieter zur Verfügung stellt. Zum Beispiel bietet Google verschiedene Schriftarten, Skripte oder andere Dienste an. Durch die Nutzung dieser Dienste in der Website werden dann die Daten an Google übertragen. Google kann diese dann wieder mit meinem persönlichen Profil verknüpfen. Bei der anderen Variante sehe ich als Benutzer keinen Unterschied. Hierbei werden nur meine Daten an einen Dritten geliefert, ohne dass dies einen Vorteil für mich oder den Webseitenbetreiber direkt hätte. Die Websitebetreiber verschenken hier in der Regel die Daten der Websitebesucher, um in Suchmaschinen oder in Website-Rankings eine bessere Platzierung zu bekommen. So auch bei den Neos mit unsichtbaren Website-Elementen von QuantServe bzw. QuantCast. QuantCast ist ein Unternehmen, was sich auf die Erstellung von Nutzerprofilen bei der Websitenutzung spezialisiert hat. Diese Nutzerprofile können dann Dritte erwerben oder gezielte Werbung für Zielgruppen schalten. Wenn wir uns nun anschauen, was an QuantServe.com übertragen wird, dann sehen wir, dass hier auch ein Cookie übertragen wird. Dieser Cookie soll dazu dienen, mich noch genauer zu identifizieren. In 90% der Fälle reicht in Österreich die IP-Adresse zu vergleichen, die ohnehin übertragen wird. Denn die IP-Adresse zusammen mit Browser-Informationen, Betriebssysteminformationen und weiteren Informationen, die der Browser an den Server überträgt, ohne dass ich das direkt mitbekomme, genügen voll, um mich genau zu identifizieren. Es ist erschreckend, wie genau die Auswertungen hierbei sind, denn QuantCast kann beispielsweise sagen, dass ein Nutzer im Durchschnitt 2,16 Mal die Neos-Webseite pro Monat aufruft. Um das zu berechnen, benötigt QuantCast genaue Informationen über jeden einzelnen Besucher. Sowohl bei der SPÖ als auch bei den Neos wird weder im Impressum noch in einer Datenschutzerklärung davor gewarnt, dass die Daten weitergegeben werden. Es gibt auch keine Möglichkeit, die Datenweitergabe explizit abzulehnen. Insofern müssen wir stark in Frage stellen, wie ehrlich die Parteien auf Wahlmonitor.at geantwortet haben. Da alle bundesweit antretenden Parteien außer der KPO und der Piratenpartei ihre Daten an US-Unternehmen weitergeben, können diese sehr genau berechnen, wie sich ein Bürger bei der Wahl entscheiden wird, da sie einen genauen Vergleich darüber haben, wie oft ein Bürger auf welche Webseite zugegriffen hat.